ein wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Monster ja irgendwie ist ein bisschen Leben verschwunden ich weiß auch nicht wohin ich hab jetzt nur so ein bisschen Prozent ich muss also nur in dem holen gehen m nun hat keiner gesehen ja so kann ihn zwölf Stunden schon eingeholt hast weiß ich noch nicht ich weiß jetzt ja nicht wie viele Windeln ist Viertelstunde gibt oder so ich weiß gar nicht mehr was ich eingestellt habe ich selbst mal gucken wie gesagt die Kali kriegt ja mehr Windeln weil sie ja Moderatorin ist da geht das über ihr schnell so dann gehen wir mal einen neuen Dämonen was sind das wie viele Karotten habe ich sag mal das ist ja unglaublich ja bei FIFA regt man sich auch auf das gehört dazu aber ich habe gestern versucht nicht zu ragen bei FIFA gestern habe ich mal versucht im Stream nicht zu ragen es hat teilweise funktioniert nicht immer ich glaube Rage bei FIFA gehört einfach noch dazu bei FIFA ohne Ragen das geht einfach nicht macht ja auch keinen Spaß oh Leben oh da war schon wieder mit dem Leben na toll 8 noch mehr lieben noch mehr lieben Sand 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 auch Löhren ich brauche Löhren wo ist noch mehr lieben ich bin wenn ich auch nicht wieder so tief gehen irgendwie für Leben ich glaube da vorn könnte noch was sein ja dort oh noch mehr lieben noch mehr lieben überleben oh ist hier viel oh schön FNAF FNAF was ist denn FNAF was ist denn FNAF wann kommt FNAF FNAF meinst du FNAF FNAF FNUF FNUFI das ist so ähm ja dann gucken wir mal ob wir mit dem Leben jetzt weiterkommen damit jetzt alles wieder einschmelzen verdammte Scheiße meine Nase ist gerade irgendwie ich glaube ich muss niesen ich unterdrücke es ach Five Nights at Freddy ähm hab ich nicht leider hab ich leider nicht wenn ich Five Nights at Freddy's hätte würde ich das auch mal spielen im Stream ich warte ja noch auf Outlast 2 das gibt es dann wieder für YouTube 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 mit Fratzen Cam damit man auch schön sieht wie ich mich hier natürlich nicht erschrecke wie bei Outlast 1 ich erschrecke mich nämlich nicht bei solchen Spielen ja danke so ja er verschenkt Spiele die er selbst nicht hat der Bassi nur an den dicken Conor es war schon lustig es war schon lustig es war schon lustig mit Conor als er das gespielt hat fast in die Hose geschissen hat das war so lustig das war so lustig auch schön achso ich muss ja erstmal ne doch ich muss ne hä wie was wie wie war das war das wie hä achso uff ja Katze alter ich brauche natürlich mehr Sand ach fuck und mehr Lehm ich muss mal oben gucken ich ich mach hier nur noch folgen durch hoch und runter rennen ne mach hier nur noch folgen durch hoch und runter rennen verdammte Scheiße ich mach mir bald nen Fahrstuhl Mann 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 in zwei Stunden bin ich oben gleich bin ich oben guck mal hier ist Kies jede Menge sogar hm ich guck mal was ich hier in meinen Kisten hab Kies jede Menge sogar gut fehlt ja nur noch Sand Sand hab ich natürlich nicht ich kauf mal Sand ich geh mal schnell Sand kaufen ne dü 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 Sand es gab doch hier irgendwo viel Sand da drüben da kauf ich mal ein so so natürlich auch passen dass nicht gleich alles geflutet wird und dass ich auch wieder rauskomme oh tü 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 ne schönes Quarz oh Quarz oh es wird dunkel es wird schwarz da finde ich Quarz voll lustig nicht naja gehen wir wieder nach Hause Lese ich jetzt nicht los so erstmal schlafen dann gehen wir mal wieder runter so so gut gut Habe ich genug hieß und Sand jetzt dabei 48 Şimdi dann könnte wenig sein ist aber egal jetzt verknüpfte ich bin cool ich sehe rückwärts so ja müsst ihr das mal schaffen rückwärts die Treppe runterlaufen ohne euch auf die Fresse zu packen äh äh so 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 und so gut da haben wir schon 64 und die muss sich doch schmelzen, oder? war das nicht? ne, oder? doch ja Mörtel schmelzen gut jetzt habe ich hoffentlich jede Menge Mörtel so, aber was mache ich in der Zeit, wie das Mörtelchen hier mörtelt ich gucke nochmal nach meinem Turtle die Drecksau die hier irgendwo im Lavasee verschollen ist ach man überall ist Lava hier, ey habe ich gut platziert das Törtelchen oh, was ein Abonnenten außer mir in der Nähe sehr gut Amutreffen genau zu dritt wird der Hammer warum gibt es den Abtime nicht? hm hm jetzt doch war wohl ein Deck drin nein es heißt Schildi kennst du das? aus Otto weiß ich nicht mehr welcher ich glaube Otto der außerfriesische ostfriesische meine ich außerfriesische das ist alles wegen einer Fernsehzeitung in der wo der Film mal stand als Otto der außerirdische ich weiß gar nicht wo meine ganzen Abonnenten herkommen bei YouTube weiß ich gar nicht bei den meisten jedenfalls nicht ich habe ja auch nicht so viele aber viele davon haben sich mir noch nicht vorgestellt eine ist aus England hieß schon außerfriesische nein hieß ostfriesische ostfriesische Otto der ostfriesische oder Otto der Ostfriese ich weiß das nicht mehr warum gehe ich jetzt hoch was einfach Gewohnheit wenn ich vor einer Treppe stehe muss ich hochgehen ist immer so so das dauert oh was mache ich denn so lang noch ein bisschen hier die Wand verknuspern hier da hängt ja mein Ding drin was meine meine Fackel meine Fackel da hängt mein Fackel drin man scheiße ich bin erwachsen echt hieß ja Otto der außerfriesische hm auch gut so lang her weiß ich nicht mehr ach Quarz oh Dias Cameron Diaz hier am Start nehm ich auch noch mit nehm ich auch noch mit so noch nicht zu weit entfernen man weiß ja nie sonst sonst schmort da mein Ding nicht rum also mein Ofen schmort dann nicht weiter so hier der da ne gehe ich mal in die Richtung Kills hat auch noch so viel ich mach mal Licht hallo Licht Licht Kamera Action oh Dias Dankeschön so wann geht man das Ding kaputt damit ich ja erstmal das Diamantenscheufelchen nehmen kann Dankeschön oh ist mein Inventar schon wieder voll mein Inventar ist schon wieder voll das gibt es ja nicht Felix willkommen in der Krabbelgrüter Mensch ist mir der Name nicht eingefallen ich werde alt ich werde einfach alt ich muss gleich mein Inventar entleeren gleich muss ich das Inventar entleeren so irgendwie nix bei hier gerade abgesehen von Dias also den einen den einen Dilar dann so viel Kies dafür müssen sie unbedingt gleich mal entleeren wir haben die schöne Musik wieder einsetzt schön Alter gut ich muss jetzt erstmal leer machen ich muss erstmal leer machen gut dass hier alles um die Ecke ist ich hörte ein Skelett nicht dass die Drecksau hier unten ist man weiß hier nie nie weiß man es hm hm merklich oh der Knorke hat Slime Rancher oh das ist auch schön das wollte ich auch mal noch haben Mensch der Knorke der holt sich auch immer die tollsten Spiele aber wenn ein Tutschübers live kann das bestimmt nicht mithalten mal gucken ob ich da nach dem Stream noch ein Let's Play von Aufnehmen gleich wenn ich mal wieder was hab wenn es nur auf 10 Folgen oder so werden ist ja scheißegal haben wir es wenigstens mal angespielt so so ich brüche hier meinen Kies man weiß ja nie nachher brauche ich noch mehr von dem Lehmzeug dann brauche ich natürlich auch wieder Kies ich muss ja alles leuchten mehr sonst spawnt hier noch was so so viel Redstone wie ich auch finde ich brauche Redstone irgendwas werde ich noch mit Redstone bauen ihr könnt ja schon mal Vorschläge machen dann in den Kommentaren oder jetzt hier im live stream äh was wir aus Redstone schönes machen können noch irgendwas vollautomatisiertes irgendein crazy shit irgendein Kackautomat weißt du kackt dann automatisch die Bude zu boah was ist das denn man gönnt sich ja sonst nix ja ich nehm dich noch mit meine Güte wie es mich ansah habt ihr das gesehen wie es mich ansah einfach nehm mich mit nehm mich doch mit ich bin so schön rot fiktisch oh guck mal nehmen wir auch mit wir nehmen hier alles mit auch wenn ich immer nicht weiß was es ist und was ich damit machen kann hab bestimmt schon tausendmal nachgesehen was ich damit machen kann aber ich vergesse es sowieso immer wieder weil es einfach so viel hier in dem Modpack gibt was man machen kann ein Redstone Penis wird hier gesagt na toll ein Donkey Kong Level aus Redstone geht das ja geht sicher aber ich kann mich mit Donkey Kong nicht mehr so aus das ist lange her lange lange her was hier alles ist alter alles mitnehmen und ausleuchten natürlich ausleuchten ausleuchten so und hier bestimmt gleich wieder Inventar voll na geht noch genau ich nehme alles was mir nicht gehört so muss das sein so und wenn ich es abbaue gehört es mir was hier alles ist ei 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 ich höre schon wieder gezappel ich weiß gar nicht mehr wo es lang geht wo kam ich denn her hier bestimmt hier sieht es richtig aus überlegt mal hier war alles voll mit Kies oh stimmt wir waren ja gleich um die Ecke ah da kann ich nochmal ein Mörtel nachschmeißen und diesmal mache ich es hoffentlich richtig nicht dass ich jemals was falsch gemacht hätte diesmal ist ich ja alles rein alles so ist noch mehr Kies alter jetzt habe ich auch genug von dem Kies so so viel brauche ich doch davon gar nicht was mache ich denn so viel brauche ich doch gar nicht davon egal dann brauche ich doch bloß einen neuen Stand im Buch einen neuen ich baue da ein Spiel in Minecraft nach ich arbeite jetzt immer noch an diesem der Clou Clou so jetzt brauche ich noch was ist das hier überhaupt any combination of 10 Barrett Ricks Sierra Tanks or Drains also irgendein Scheiß scheißegal was hauptsache 10 Stück ok also quasi wenn ich jetzt hiervon könnte ich jetzt quasi auch nochmal 10 davon nehmen ja gut dann nehme ich davon nämlich nochmal 10 davon da habe ich halt schon so das hier wie mache ich das und den Casting Table faucet und Casting Table schaue ich nochmal schnell äh 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 ähm geht mal schon mild zu ein vielleicht finde ich da oder warte mal da stehen doch bestimmt die Rezepte drin ne da stehen doch die Rezepte im Buch ich habe doch die Rezepte gesehen vorhin verdammte Scheiße nein hier Spirit Bricks äh Smeltidrain 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 geht so ok ok das brauche ich einmal und einmal das gut das kriege ich hin wo ist denn hab ich jetzt alles verbraucht davon nö hm das brauche ich das brauche ich und ich mach mal noch so und so einfach damit ich mal noch so ein Ding hab äh äh knochert eingesehen dass er zum Programmieren kein Talent hat naja das wird ja auch Zeit Zeit hier nur noch so ein so gut naja wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin tschüss tschüss tschüss